Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Ja, es ist wieder Zeit für Your Choice. Du hast wieder die Wahl. Ist Unravel ein Traum und du möchtest mehrere Folgen sehen und es soll über diese Woche hinaus Unravel gespielt werden, dann kannst du dafür abstimmen. Wenn du sagst, nein, Unravel finde ich eigentlich eher langweilig und das Spiel interessiert mich nicht so sehr, dann kannst du abstimmen für Albtraum und nächste Woche beginnt ein neues Projekt. Ich bin jetzt gespannt, wie du dich entscheidest. Oben bei dem kleinen i kannst du einfach abstimmen und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch.